Heute wende ich mich an Sie, um Sie zu bitten, sich mit voller Kraft für eine Verankerung des Artenschutzes, für die Förderung der Biodiversität und für den Schutz unserer wertvollen Umweltressourcen Boden und Wasser und Atmosphäre in der gemeinsamen Agrarpolitik der EU einzusetzen. Mich schockieren die riesigen eintünigen Maisfelder. Hier summt und blüht fast gar nichts mehr. Ich fordere daher, dass jeder Hof 10% seiner Fläche für den Erhalt der Artenvielfalt freigeben muss. Es könnten zum Beispiel Blühstreifen angelegt oder strukturreiche Randgehölze erhalten werden. Hierfür soll die EU 15 Milliarden Euro pro Jahr für Naturschutzmaßnahmen zur Verfügung stellen. Blühende Wiesen oder überhaupt Blühpflanzen außerhalb von Gärten und Obstplantagen sind offensichtlich weniger geworden. Dass das negative Auswirkungen hat auf Insektenpopulationen und weitere Arten sind, das ist wissenschaftlicher Konsens. Und es geht mir nicht nur um die Natur, sondern letztlich droht diese Entwicklung auch auf die Existenzgrundlage der Landwirte selbst und unsere Gesellschaft insgesamt zurückzufallen. Wir alle müssen verstehen, dass jedes Tier und jede Pflanze unserer Heimat, ihre Rechtigung und ihre Aufgabe in dem großen Gefüge der Natur hat. Wie bei einem Dominospiel hat das Sterben einer Tierart eine große Auswirkung. Deshalb fordere ich Sie auf, sich im EU-Parlament für eine naturverträgliche Agrarpolitik einzusetzen. Zum Beispiel könnten pro Hof 10% der Fläche naturnah bewirtschaftet werden mit Blühstreifen, mit strukturreichen Randgehölzern und so weiter. Die Landwirte sollten dann dafür auch entlohnt werden, wenn sie sich mit solchen Dingen zum Wohle der gesamten Gesellschaft einsetzen. Ich hoffe, dass wir eine Wende hin zu einer naturverträglicheren Landwirtschaft hinbekommen, bei der die Erhaltung der Artenvielfalt stärker als bisher im Mittelpunkt steht. Bitte denken Sie daran, Sie sind diejenigen, die an der Stelle sitzen, die etwas verändern können. Wir als Bürger können nur darum bitten, dass Sie sich für eine Änderung einsetzen. Ich danke Ihnen vielmals und hoffe, dass Sie verstehen, dass es wirklich sehr, sehr wichtig ist.